Ja hallo liebe Modellbahnfreunde, heute mal wieder ein weiteres Video. Normalerweise läuft ja alles, sollte zumindest reibungslos auf der Modellbahn ablaufen, aber hin und wieder gibt es doch Defekte und gerade in den letzten 2-3 Wochen haben sich doch einige Defekte gehäuft. Angefangen hat es mit dem Ausfahrsignal P4 von Gleis 4, ein zweiflügeliges Formsignal von Fleischmann, ich denke mal so an die 40 Jahre alt, 35 auf jeden Fall, hat den Geist aufgegeben, die Spule vermutlich, um das Signal in die HP0-Stellung zu bringen, die ist offensichtlich durchgebrannt oder der Kontakt ist kaputt, jedenfalls lässt sich nicht mehr auf HP0 stellen. Ja und das war das Erste, was ausgetauscht werden musste und ich hatte ja die beiden FISMAN-Signale neulich schon mal vorgestellt, wir werden sie auch später nochmal live sehen. Ja und der zweite Fehler, der ist schon etwas heftiger gewesen, sowas hatte ich eigentlich bisher noch nicht. Das Ganze hat sich hier auf dieser Weiche abgespielt, das ist die ehemalige Weiche zum BW. Man sieht hier den Bereich, der ist regelrecht zusammengeschmolzen, da sind ja normalerweise die beiden Klammern eingesetzt, die die Schienen dauerhaft mit Strom versorgen, auch wenn man die Weiche betätigt. Ja, es muss irgendwie zu einem Kurzschluss gekommen sein, durch das Herzstück, das war auch total zusammengebacken, also die Weiche bewegte sich auch nicht mehr. Ja und Ursache war wohl, dass sich das, ja, das eine Drehgestell des Steuerwagens, das VT12-5 irgendwie auf dieser Weiche befand und einen Kurzschluss verursacht hat. Möglicherweise habe ich die Weiche unter dem Zug weggestellt, das Ganze passierte im Analogmodus, da bleibt halt Power auf der Leitung und im Digitalbetrieb wäre das so nicht passiert. Aber man sieht hier, ja, wie sich das Rad hat sich regelrecht hier im Innenbereich verformt und es eiert. Ja und das hier ist im Prinzip total locker geworden durch die Hitze, also beides nicht mehr zu gebrauchen. Und was auch kaputt gegangen ist dabei, die Drehgestellblende, das ist hier die normale Seite, die gerade Seite und hier muss es die Hitzeentwicklung gegeben haben. Man sieht richtig, dass das Ganze schräg geworden ist, so zum Inneren hin. Ich habe das erstmal hilfsweise versucht abzuschleifen, aber das gelang mir nicht mehr. Also die beiden Teile, die beiden Sachen musste ich neu bestellen. Das habe ich bei Spur N-Teile bekommen und die Achsen bei Fleischmann. So, jetzt befinden wir uns am Ort des Geschehens. Das ist also diese Weiche hier gewesen. Die ist jetzt ausgetauscht, also nicht mehr mit einem leidenden Herzstück. Das macht eigentlich auch nichts, auch die kleinen zweiaxigen Loks packen, das da rüber zu fahren. Aber zumindest kann das jetzt nicht mehr passieren, dass das Herzstück irgendwie durch eine falsch gestellte Weiche einen Kurzschluss verursacht. Und hier das Signal, das kennen wir ja schon, hier das Signal P4 ersetzt, wie gesagt, durch das sehr schöne Fisman-Signal. Damit es optisch auch gut passt, wurde auch das Signal P3 mitgetauscht, damit es einfach besser aussieht. Und auch das war ja auch schon über 40 Jahre alt. Ja, und hier noch ein Blick auf das Drehgestell. Es handelt sich um dieses Drehgestell, das, wie gesagt, zerstört wurde bei der Aktion. Gott sei Dank war der Drehgestell Block unbeschädigt geblieben. Den habe ich, hätte ich auch als Ersatzteil nicht bekommen. Von daher gesehen war das jetzt noch wirklich glimpflich abgegangen. Und ja, so konnte man wieder einen fahrfähigen Zug herstellen. Ja, und jetzt können wir auch nochmal eine Probefahrt machen, um zu sehen, dass alles funktioniert. HB2. Und jetzt müssen wir auch tutaj ein wenig weiterentr. Ja, ich möchte jetzt noch mal ein wenig weiterentrando. Ja, ich möchte jetzt noch eine Befرة nach oben backs in die Strecke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Also kann man nicht meckern. Dann kann man dann einfach die Kabel nebendran vorbeiführen. Und das Gute, der Decoder hat schon eine, ja so eine durchsichtige Kunststoffummantelung. Das heißt, der ist nach allen Seiten isoliert, dass er auch nirgends Berührung haben kann. Also damit, denke ich, ist das Fahrzeug günstig digitalisiert worden und das reicht völlig. Ja, das war jetzt so der Stand der Dinge, ist natürlich ein bisschen ins Geld gegangen, gerade die Signal, das war schon etwas teurer. Die Weiche, ja, ging, war aber auch schnell da, das ist glaube ich das Wichtige, dass die Ersatzteile schnell da sind. Die beiden Decoder und auch die Ersatzteile für den Triebwagen waren erschwinglich. Die Achsen, wie gesagt, die Achsen, wie gesagt, bei Fleischmann originalen Ersatzteile und die Drehgestellblende von Spur N-Teile. Ja, das war's. Also so kann es manchmal gehen. Läuft nicht immer alles glatt, aber glücklicherweise gibt es ja schnell Ersatz und man kann alles wieder herstellen. Ja, dann bis zum nächsten Mal und tschüss.